Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Together Minecraft... Minecraft... Part... ...Minecraft... ...39 Und, wie man sieht, ich habe vorhin gerade etwas getrunken, ich schwabbel ein wenig durch die Gegentüren... Schwabbelst du durch die Gegentüren? Eieieiei... Und wenn ich renne, sieht es nicht so gut aus... Aber nein... Was bei Seite... Das habe ich hier eingestellt... Was das einmal ist... Als Sichtfeld, wo kannst du verändern... Gell, normal ist ganz nahe... Normal ist ganz links... Hier haben wir nur viel Eis noch drin... Von letztem Mal... Wir können da eigentlich wirklich so ein Batschi-Jump-Berg machen... Wir haben da noch etwas angeeignet... Also einen Mat installiert... Mit dem kann ich einfach da... Wenn der MP-Dragon mal etwas sieht... Opa in seine Richtung schauen... Und dann kann ich ihn so anschauen... Was er gerade sieht... Und jetzt... Und er ist jetzt nicht das, was am Schlagen ist... Sondern das bei euch... Also... Ja... Aber ihr seht es aus meiner Sicht... Und oben links steht sie auch... Ja... Das finde ich noch ziemlich praktisch... Und... Okay... Aber jetzt... Machen wir vielleicht nicht einfach mal einfach so nichts... Sondern wir machen mal etwas... Stimmt... Das haben wir nur gemacht... Jetzt haben wir es jetzt eigentlich nicht angeschaut... Nein... Gehen wir mal raus... Ah ja... Wir haben jetzt natürlich Minecraft 1.2.4... Das heisst... Man kann... Aus verschiedenen Holz... Verschiedene Bodenplanks machen... Ich will jetzt mal schauen... Ich habe das im Fall noch gar nicht ausprobiert... Aber wir haben da gar nicht... Das ist noch das normale Holz... Wahrscheinlich gibt es noch immer noch die normalen... Ja... Wo ist eigentlich der... Mr. Steinhard... Mr... Mr. Stein... Da hinten... Hallo... Was machst du wieder da hinten? Komm da heute zurück... Ich baue mal da die... Die Birke ab... Zum zeigen... Und ich hätte wahrscheinlich... Nein... Ich habe keine Axt dabei gehabt... Aber jetzt können wir zum Beispiel da hinten... So andere Bräter machen... Ja... Du kannst das gut zeigen... Weil du nicht aufnimmst... Gell... Ja... Ich weiss... Stimmt... Habe ich voll nicht so gedacht... Du bist... Wo bist... Wo bist... Wo bist... Wo bist... Der Mr. Steinhardtum zurückholen... Achso... Egal... Ich tun die jetzt einfach mal da hinten... Es sind einfach Keller jetzt... Hörst du eigentlich... Welchen Schlann? Ich höre gerade nichts... Nein... Wieso schlagst du denn überhaupt... Der hat ihm wohl gar nicht so viel Leben... Gell... Doch... Es ist gut genug... Aber nicht genug... Dass ihn die ganze Zeit schlagst... Nachher bringst du ihn noch um... Oh... Ich hoffe wir es nicht... Aber er will die ganze Zeit abhauen... Er soll zurück zum Haus... Wo bist du überhaupt? Ah da... Ich sehe mich... Er sieht übrigens jetzt etwas anders aus... Voll... Ich habe es noch vergessen... Abänder im Texture Pack... Egal... Ah ja genau... Das ist die richtige Richtung... Nein... Nicht da hinten... Ah doch... Lauf... 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 Hilf ihm der Schopf... Nein... Du bringst ihn jetzt echt noch um... Ich glaube ich nicht... Ich glaube ich nicht... Ah... Geh hoch... Ja... Nein... Nein... Nicht da hinten... Nicht wieder runter... Wenn wir die ganze Folge nur an dem herumgehen... Bis er wieder in einigermassen am richtigen Ort ist... In der nächsten Folge ist er nachher wieder weg... Voll... Eben... Also bringt es nicht sehr viel... Also ja... Dann machen wir etwas anderes... Genau... Ich habe noch alles mein Zeug dabei... Was ich abgebaut habe... Letztes Mal... Das haben wir da im Offen noch so... Da ist uns also alles gebrötelt... Brötelt vor allem... Mein Inventar ist voll... Wir müssten wieder zurück gehen... Ich habe das Gefühl... Dein Inventar ist voll... Ja... Und diese Kiste ist jetzt ziemlich voll... So da... Ja... Wir könnten ja schon schnell neu machen... Machst du schnell eine? Ja... Mir gehört es eigentlich halt in deinem Maus... Ich weiss... Die ist viel zu laut... Ich müsste mir mal eine neue kaufen... Verpiss dich dort weg... Ich schlage dich ab... Ich habe eine neue Kiste gemacht... Hier haben wir auch noch mein Herz... Ich habe gleich noch 13... Ups... Und im Fall... Hast du immer noch Diamanten bei dir? Ja... Alle 13... Genau... Wir haben noch etwas... Was haben wir? Mr. Steinhard... Der kann übrigens auch reden... Wartet schnell... Ich muss schnell die Geräusche aufstellen... Hm... Wo macht man das schon wieder? Ah da... Mr. Steinhard... Willst du es auch mal etwas... Komm... Tu du mal ein kleines Interview mit dem Mr. Steinhard führen... Wir verstehen es nicht so deutlich... Aber... Interview... Ja... Ok... Grüezi Mr. Steinhard... Hallo... Ah hallo... Geht es Ihnen gut? Ja... Aber ich bin vor ein bisschen... Umgefallen... Sagen Sie gerne kurz... Ja... Das glaube ich auch... Aber Sie sollten vielleicht mal... Zu unserer Haustüre gehen... Und nicht da irgendwo... Im Wasser rumtümpeln... Sie sind doch ein Blöde... Hauen Sie nicht ab... Sie sind da... Zum unser Haus bewachen... Ja... Also... Der... Der ist doch dumm... Der ist doch dumm... Ich bring dich jetzt um... Oh... 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 Egal... Komm... Hey... Mr. Steinhard... Mr. Steinhard... Das ist ein Interview mit Mr. Steinhard... Wo jetzt dann gleich tot ist... Weil er so geschlagen wird... Weil er einfach nie das macht... Was wir wollen... Also... Oh... Ich mache noch etwas... Oh... Das geht nicht... Was? Wie macht man das so... Aha... Das kommt schon rüber... Haha... Hä... Hat ihm das jetzt wirklich bezogen? Nein... Das ist wie eine Spinne... Wenn du einen Eier anrührst... Ja... Stimmt... Ja... Aber... Wir sollten jetzt vielleicht wirklich mal etwas machen... Was hast du von Vorteil? Dort unten ist ein Enderman... Ich bin doch ein Schwert... Ja... Nimm's du dort raus... Wieso hast du den Block wieder hingesetzt? Wo ist ein Enderman? Zwei Endermen sind dort hinten... Wo? Ich sehe noch einen... Und der bringt mich jetzt um... Und den sehe ich auch... Oh oh... Ich helfe dir... Ich helfe dir... Nein... Wo ist er? Wo ist er? Oh oh... Gehörst du das auch? Da ist er... Hast du das jetzt auch gehört? Er... Er hat sich teleportiert... Da ist er... Oh ich habe ihn gehört... Nein... Dort unten ist... Dort unten... Dort kommt er auf uns zu... Oh... Scheiss... Ich bin glücklich... Ich habe nur noch zwei Leben... Es hat mal etwas gewessen... Ja... Bis im Kniebisch Eingang... Bleibt unten... Nein... Ich esse jetzt einen Fisch... Tschau... Sogar zwei... Und jetzt haben wir keinen einzigen mehr... Haben wir noch anderes Essen? Sündig... Äh... Wir... Ja... Kommen wir mal... Das, was wir nicht brauchen... Kommen wir mal zurück... Du kannst auch hier fischen... Ja... Ich fische jetzt... Es kommt kein Fisch... Vielleicht liegt es daran... Weil sie irgendwie nicht im Wasser war... Wir schauen dir gleich zu... Ja... Ja... Hm... Fisch ist schon langweilige Sache... Da... Cobblestone... Können wir noch ein wenig mitnehmen... Kohle... Können wir auch noch ein wenig brauchen... Irgendwann... Ich habe nichts... Nein... Jetzt wird es langsam gewesen... Weisst du was... Ich gehe einfach mal los... Du... Was... Du gehst los... Wirst du auch mitkommen? Wohin? Ja... Er ist weggezogen... Ja... Hi... Ich tue da... Genau... Das hätte wir noch wollen... Machen... So... Ja... Genau... Wenn ein Fisch ins Wasser fällt... Kann er nicht wegschwimmen... Dann bleibt er einfach dort... Schau da... Ich gebe dir noch etwas... Enderpearl... Oh ja... Teleportieren... Ja... Mit denen... Aber es zieht ihr Leben... Ja... Yeah... Das ist ja verdammt geil... Ähm... Also... Dann haben wir noch nicht so viel... Was? Ich fange mal da den Weg an... Was für ein Weg? Durch... Du willst einen Weg bauen? Ja... Nein... Oder woher... Also... Einen Weg ganz rüber... Zu unserem... Home... Haus... Teil... Oder? Wieso das? Weil es praktischer ist... Dann müssen wir nicht immer laufen... Und das Skelett kommt dann... Natürlich... Ist ja klar gewesen... Oder kommt es nicht? Uh... Das Glück verfolgt mich... Weil dann müssen wir nicht immer schwimmen... Oder was auch immer... Hm... Von mir aus... Es sieht auch wahrscheinlich nicht so gut aus... Aber egal... Und das Skelett schiesst auf dich... Hört mich... Ist jetzt drauf... Oh... Oh... Schiesst auf mich... Genau mit Teier... Ich habe schon 5 Fische... Oh... Schon 6... Wenn du einen willst... Was du wahrscheinlich willst... Weil du immer Bogen schiesst... Ja... Aber jetzt nicht... Ich bin jetzt am Fischen... Fische... Das ist spannend... Ich schaue dir zu... Wie du einfach einen geraden Erdweg baust... So... Ich habe jetzt etwas anderes... Ich habe auch ein anderes Material... Okay... Schau... Stimmt es eigentlich da gerade aus? Nein! Nein! F-R-A-G... Gerade die Tung aber stellen... Bevor ich es höre... So... Ich höre gar nichts... Umso besser... Okay... Den werden wir wahrscheinlich sowieso anders machen... Aber es ist praktischer mal für den Anfang... Was machen wir? Was anders machen? Den Wertweg... Eine Frage, hörst du den Regen auch nicht? Nein. Komisch. Ich habe zwar die Geräusche runtergestellt, aber ich höre sie nicht. Ja, ich habe sie auch runtergestellt, aber ich habe sie noch an. Ich habe noch auf 38%. Jetzt habe ich einen gehört. Ich glaube, das ist bis jetzt die unnötigste Folge von Let's Play Minecraft, die wir bis jetzt haben. Ja, nicht so hobbylos. Wir sind zu viel gestorben. Ich habe mich jetzt falsch gebaut. Wieso? Ah nein, dort vorne ist das da. Wenigstens sind wir nicht 50 Mal gestorben wie in der Hölle Folge. Ja. Aber dort ist jetzt etwas gelaufen. Ich meine, ich bin jetzt an der Tisch. Wenn du gewusst, ein Huhn muss mir viermal schlagen, bis es stirbt. Ohne ein Schwert. Ah. Fuck. Es ist ein Creeper von hinten und jetzt hat es hier ein riesiges Loch. Schau mal, meine Sicht. Ich bin, glaube ich, zu weit weg. Oh nein, schau mal ein bisschen rum. Siehst du es? Oh. Oh, das ist nicht gut. Du findest diese Erde? Äh. Ja, nein, aber... Oh nein, jetzt bin ich gerade runtergekommen. Also... Aber Creeper schaffen sogar in der... Ja, gell, wenigstens etwas ist mir passiert. Ich habe genau so gehört, nachher... Nein! Dann ist es schon zu spart gewesen. Ich habe gehört, den Regen. Fail. Genau da hinten drauf. Okay, ich probiere das jetzt mal zu flicken. Super! Hm. Was? Jetzt habe ich noch etwas dabei. Ah ja. Ah. Hast du noch... Erden? Weil ich habe nämlich zu wenig. Nein, ich habe Cobblestone. Ich habe die Erde alles. Oh, den Ding siehst du auch immer unnötig. Ja, ja. Und es ist ein Creeper drauf gespawnt. Auf dem? Ja. Siehst du ihn? Oh! Wo ist er? Ich probiere ihn jetzt mit meiner Hand zu killen. Das ist gerade nicht so die schlauste Idee. Ich sehe den Creeper gar nicht. Er ist explodiert. Und hat er den Weg kaputt gemacht? Nein, ich habe ihn ins Wasser geführt, denke ich. Ah, Fail. Ich habe ihn nicht gesehen. Jetzt höre ich den Regen. Ich kann... Gehör... Plötzlich gehört mir den Regen und dann ist er wieder weg. Also... Weg. Ja, da hört er ja auf. Ich regne ihn ja gar nicht mehr an. Nur da hinten regnet es. Was? Ups. Ähm, ja. Willst du nicht einfach den Weg ganz gerade machen? Dann wäre er falsch. Kannst du ihn nachher dort hinten, so kurz rüber? Ja, das wäre vielleicht etwas zu bringen. Ja, aber... Aber die Folge ist jetzt sowieso dann gleich vorbei. Also von dem her... Ja, eigentlich... Ja. Wir sind schon über 15. So. Uuuuh... Und ihr habt... Jetzt... Beim Titelbild ist es sicher einfach zum geraden Strich gewesen. Von Cobblestone an der Erde oder was sagen wir. Oh, Entschuldigung, es geht nicht. Cobblestone-Verbett. Also dort beim Bild. Mhm. Mhm, mhm. Ich habe noch Blumen. Kann man die auf Stein setzen? Nein. Kannst du dir vorne an der Erde nehmen? Ich weiss. Können wir dann nachher mitnehmen. Fail. Ich habe mich schon wieder verbaut. Nein. Muss jetzt nicht da... Wieso korrigierst du da? Oder? Ey, nein. Das ist schon der failste Weg, den wir bis jetzt gemacht haben. Wir haben ja gar keinen Weg gemacht bis jetzt. Eben. Und er wäre auch sonst sehr fail. Auch wenn wir schon andere gemacht hätten. Jetzt sind noch die Überreste von unserem Weihnachts-Special. Das ist falsch. Er ist falsch. Was? Ja, er ist falsch. Der Weg ist falsch. Okay, etwas machen wir noch, bevor wir aufhören. Wir gehen jetzt mal an der Falle. Was? Dort ist sowieso nichts. Doch. Bist du sicher? Nein. Ich glaube im Fall nicht. Ui, jetzt habe ich gerade auch gross gefüllt. Und da... Jetzt ein Ei. Und nochmal eins. Du hast es gerade drüben. Ja. Oh nein, jetzt ist es vorne abgehauen. Oh, gehört ihr? Hä? Ja klar, wir haben da jetzt eine Tür rum. Es ist auf hart. Es ist nicht auf hart. Es ist nicht auf hart. So. Nein. Es ist... Eis. Also Eis. Eigentlich. Warte. Warte. Sie können sie nicht einschalten. Sie schalten nur drüben. Warte. Aber jetzt ist... Wow. Was? Wieso hat es jetzt hier so viel Zeugs? Ich dachte, wir sparen nicht, wenn wir nicht da sind. Hä? Das ist noch... Wie ist das? Wie ist das hier runtergekommen? Der ist wahrscheinlich da unten gespawnt, weil es kein Licht hat. Stimmt, der ist wahrscheinlich da unten gespawnt. So. Machen wir voll gerade an. Fertig. Ah, schon wieder. Jetzt aber... Wieso? Und wieso ist da unten ein Huhn? Also ja. Achtung! Nicht, dass er explodiert. Ist im Wasser. Ja, stimmt. Ja. Ich weiss nicht, was zählt. Also gut, komm. Wir beenden die Folgen. Die unnötigste Folge von unserem Let's Play bis jetzt ist fertig. Tschüss. Danke, dass ihr gerade geguckt habt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.